Nice, hast du ein paar Fliegen gegessen schon? Gar kein Thema, so. Haben wir jetzt auch links und rechts zacken, das ist cool. So, Vogelscheuche, komm mit. Sehr gut, sehr gut. Die haben wir auf dem Weg schon mal beseitigt, easy. Es geht weiter, Freunde, bei einer neuen Folge von Mad Max. Hier links abbiegen, bitte. Und dann geht's weiter zum Pfad der Totenlehre. In der letzten Folge konnten wir das leider nicht machen, wir hatten irgendwie andere Sachen zu tun. Und wenn ich hier wieder rumfahre, ne, und sowas sehe hier, denken wir so, okay, gucken wir uns das nochmal gerade an. Gerade mal eben kurz angucken, ne? So, guck mal. Den kriegen wir noch ab. Ja, guck mal, easy sogar. Easy. So, John, bitte einmal reparieren. Dankeschön. So, was ist da drin? Oha. Was, ihr seid da drin gewesen, oder was? Seid ihr blöd, oder was? Warum seid ihr da drin? Habt ihr hier kein Überleben, oder? Ihr müsst doch irgendwie, wir verhungern doch hier unten, ne? Oh. Böse, böse, böse. So. Mann. Bisschen Durcheinander hier in der Dunkelheit. Alles halb so wild, halb so wild, Freunde. So, hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Okay, hier gibt's nur zwei Schrotthaufen. So, eine sehr kleine Base. Haben die sich hier schön was zusammengefrisst. So, ihr Frickelmeister. Wir haben kein frisches Essen, nur Dosen und Trockennahrung. Das ist ein historisches Relikt. Okay, das klingt interessant. Fressen wir nochmal das Hundefutter von Dinky D. Kennen wir ja schon. Und dann haben wir das hier fertig. Wir sind hier fertig, oder? Nice. Wenn das immer so schön schnell geht. Das freut mich dann, wenn wir einen Punkt auf der Karte weniger haben. Weil, wenn wir echt alles machen wollen, das wird so eine Stunde Zeit lang in Anspruch nehmen. Guck mal hier, das ist schon mal eine Ölpipeline. Die aber zerstört ist. Da ist nicht mehr viel übrig. Komm, weiter geht's. Wird's jetzt noch dunkel, oder? Ich glaube, das erste Mal, dass wir hier Licht anmachen müssen. In der Dunkelheit sind wir, glaube ich, noch nie gefahren. Was ist hier vorne? Komm, das kriegen wir doch kaputt, oder? So. Nice. Seht ihr, das geht doch easy. Können wir alles auf dem Weg noch ein paar Sachen zerstören. Und da vorne ist jemand, der mich mit einem Sniper anvisiert, glaube ich. Das muss ich mir genauer angucken, Leute. Das muss ich mir genauer angucken. Seht ihr, da ist ein Sniper. Da ist echt ein Sniper gewesen. So, wo ist noch ein Sniper? Molotow-Schleuderer. Da oben ist ein Sniper, der visiert mich auch schon an. So, den haben wir. Was ist das hier? Ah, kann ich den abschießen? Ne, komm, ich benutze die Munition lieber nicht. Äh, machen wir nicht. Das ist mir irgendwie zu schade. Das ist mir zu schade mit dem Sniper-Ding. Und da kommt schon einer. Guck mal, die kommen schon um die Ecke. Ihr Schweine, ihr Schweine. Tür abreißen. Geht am einfachsten. Geht am einfachsten, Leute. So, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin, meine Guten? Wo wollt ihr hin? Die wollen jetzt verschwinden oder was? Was soll das denn? Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Komm, wir ziehen den Fahrer raus, oder? Oh, das war nur die Tür. Ah, verdammt. Komm, Fahrer rausziehen. Fahrer rausziehen. Nice. Gut, den haben wir, den haben wir. Ist irgendwie so ein Schrotthändler oder sowas, ne? Können wir mal versuchen, das Ding mal auseinanderzunehmen hier. Gibt es hier irgendwas? Einsteigen können wir. Bring dieses Fahrzeug zu einer Festung, um in deine große Schrottbelohnung freizuschalten. Können wir eigentlich machen, ne? Guck mal kurz, wo die Festung ist von uns. Gar nicht so weit weg. Guck mal, dann machen wir das eben. Den, äh, Charme, den können wir gleich holen. Das Auto ist ein bisschen zerstört, ey. Boah, das Auto fährt nicht so schnell. Oh mein Gott, wieso ist das so langsam? Pickup an sich ganz cool. Aber das Ding fällt fast auseinander, Leute. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Fahr doch bitte ein bisschen schneller. Ich meine, okay, da hinten links, da eiert das Rad ein bisschen. Aber das ist doch kein Grund, hier langsamer zu werden. So, komm, gib Gummi. Jetzt geht es einigermaßen. Vielleicht müssen wir nur das Leuchtfeier rausholen. Und schauen wir mal zu uns holen. Ah, come on. Das will ich nämlich auch mal machen. Das habe ich auch zum Beispiel noch gar nicht gemacht. So, hier ist zum Beispiel auch ein Leuchtturm. Das habe ich irgendwie... Oh, oh, oh. So, das Ding bringen wir nach Hause. Seht ihr? Schrott haben wir abgeliefert. 715 auf einmal. Krass. Das heißt, wir können jetzt hier ein paar Sachen verbessern. Moment. Moment. Wir können hier doch viele Sachen verbessern. Auf Start. Auf Werkstatt. Und dann guckt ihr mal an. Hier, guck mal hier. Wir haben einen neuen... Oh, geil. Nice. Das kostet... Oh, das kostet 300. Wir haben hier viele. Den Haken müssen wir auf jeden Fall verbessern. Das kostet 300, Leute. Rückzugsspule. Oh, Geschwindigkeit. Oh, Geschick. Diapune kann schneller nachgeladen werden. Und unsere Leben sind nicht mehr ganz so gefährdet. Okay, das bauen wir uns ein. Nice. Moment. Wir haben noch ein bisschen Schrott. 400 haben wir noch zu vergehen. Was haben wir hier? Felgen. Felgen. Brauchen wir Felgen? Nee, brauche ich nicht. Was ist hier? Abwehrstacheln. Das ist nice. Das können wir uns mal installieren für 200. Hehe. Okay, was haben wir hier noch? Kühlerfigur. Können wir immer noch nicht machen. Ah, hier vorne sind noch ein paar Kühlerfiguren. Fron natürlich. Da, ich denke mir die ganze... Oh, was will der Kühlerfiguren erzählen? Aber wir haben gar nichts hier. Und Snipergewehr können wir auch noch verbessern. Auch für 200. Nachleidezeit für 200. Ach, egal, egal. Wir machen alles, Freunde. Wir machen alles. Und das Auto ist auch direkt hier in der Werkstatt. Nice. Der ist schon sogar zurückgekommen. Chillig. Das heißt, jetzt nochmal einfach auf den Weg machen zum Pfad der Toten Lehre. Ich hoffe, wir kommen mal an. Ich versuche da schon seit, keine Ahnung, ein paar Folgen hinzufahren. Oh, oh. Nice, nice. Rupser. Das wäre cool, wenn wir auch mal die Reparaturfähigkeiten von Cham ein bisschen verbessern können. Nice. Hast du ein paar Fliegen gegessen, Cham? Gar kein Thema. So. Haben wir jetzt auch links und rechts zacken. Das ist cool. So. Vogelscheuche, komm mit. Sehr gut, sehr gut. Die haben wir auf dem Weg schon mal beseitigt. Easy. Das Level ist nur noch vier. Die Gefahrenstufe. Das ist nice. So, haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Gas geben. Wir können nur Gas geben. Wir können höchstens mal hier nochmal vorbeischauen. Wo ich die Sniper vorhin erledigt hatte. Das ist auch ein Teil von der Brücke. So. Ziehen wir das Ding mal. Nice, ihr bösen Buben. Ihr bösen Buben. So, was haben wir noch? Klar, ein Turm. Wir kriegen ihn locker getötet. Getötet sei schon. Einfach hier abgerissen. Einfach das Ding mal. Und dann fällt er schon in sich zusammen, ey. Chillig, chillig. So, wo haben wir das Feuer hier? Müssen wir natürlich irgendwie zerstören. Wo haben wir das Feuer? Hier vorne ist doch das Feuer, Leute. So, ziehen wir dann mal den Tank runter. Nice. Sehr nice, sehr nice. Komm, Cham. Der Turm ist... Wo haben wir denn anderen Tank? Muss wahrscheinlich hier irgendwo sein. An der Seite. Wow. Okay, ganz ruhig, Leute. Wer schmeißt da? Wer schmeißt da? Nice. Nice, sehr gut. So, der Tank ist da oben. Einmal Tank, bitte. Komm, ziehen wir da die Scheiße da raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir rein, da. Jetzt können wir rein, da, indem wir das Tor rausziehen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Komm. Hä? Eingeschränkter Pune? So, da müssen wir halt so reinkommen, auch überall. Hm, naja. So, da wären wir. Komm, reparieren mal Cham, bitte. Ich kümmere mich hier um die... ...Herrschaften. Damen und Herren. So. Oh, oh. Na, wo bist du? Der andere ist ausgewischen. Was soll das denn? Du sollst nicht ausweichen. Oh, der Warcry ist da. Das ist scheiße. Wo bist du, Warcry? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo bist du, blöder Hund? Nein, nein, nein. Ich hab gar keine Munition, verdammt. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Richtig scheiße. Der Warcry holt hier einen ab, ey. Jetzt hat er alle gestärkt, ey. Das ist noch schlechter. Aber ich denke mal, wir kommen auch so klar, oder? So. Oh, verdammt. Jetzt hab ich das leider nicht ausnutzen können. Du mit deinem blöden Scheiß-Waffe. Findest du nicht, du kämpfst wie ein Mädchen? Mann, warum bist du überhaupt so gelb angemalt? Ja, komm, dann kämpfen wir auch mal mit einem Mädchen. Wir kämpfen jetzt auch wie ein Mädchen. Ich hab leider keine Munition, ey. Ich kann den nicht töten. Mist. Wir brauchen doch irgendwas. Wir brauchen irgendwas. Wir haben aber nix. Wir haben nix, außer hier überall Tanks. Wir brauchen nur einen Schuss, ey. Apropos Schuss. Können wir doch hier beim Max ein bisschen verbessern, ne? Hier. Ah, können wir immer noch nicht. Hier können wir auch noch nicht. Okay, schade. Na gut, müssen wir jetzt irgendwie damit klarkommen. Das ist immer nur einer. Ah, da unten ist Schrott. Das müssen wir gleich einsammeln, Freunde. Das müssen wir gleich einsammeln. So, hier ist doch was. Ups. Falsche Taste. So, mein Guter. Sag gute Nacht. Tschüssi. Hä? Ich hab doch grad die Munition eingesammelt. Hä? Hab ich nicht grad die Munition für... Verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich hab doch grad da vorne... ...die Munition eingesammelt. Hier, vielleicht hier nochmal. Ah, okay. Das war anscheinend falsche Munition. Gut, hau rein. Ciao, ey. Böser, böser Warcrier. So, haben wir hier irgendwas... ...no, was wir gebrauchen können? Hier unten war auf jeden Fall Schrott. Die Waffe lassen wir erstmal liegen. Schrotti, Schrotti, Schrotti. Nehmen wir alles mit. Können wir gut gebrauchen. Um unsere Kraft zu verbessern. Das Lager scheint ein bisschen größer zu sein. Deswegen müssen wir uns hier nochmal ganz genau umgucken. Damit wir auch alles... ...machen hier, was es hier gibt. Und nichts übersehen. Okay. Na toll. Gut. Explosion, alles klar. Kein Problem. Tanks liegen hier genug hier rum. Ich drücke immer die falsche Taste irgendwie. Vielleicht für GTA, kann das sein? Für GTA vielleicht Viereck aufnehmen? I don't know. So, wow. Muss ich selber aufpassen hier. Die Waffe liegt da zum Glück noch. Das finde ich sehr nice. Hahaha. Die kann man auch benutzen. Über die Brücke. Oh mein Gott. Da sind viele. Guckt euch das mal an, wie viele Wichser da unten sind. Das ist krass. Bam. Du Wichser, ey. Die Waffe ist Schrott. Okay. Die Waffe ist hin, Freunde. Hier haben wir nochmal eine Relikt. Okay, Text. Will, geh nicht rein. Sie haben ein paar getötet. Sie haben all unsere Vorräte genommen. Flee, Sandra. Okay. Das haben wir schon mal eingesackt. Zack. Schrott mitnehmen. Was haben wir hier noch? Hier ist auch noch ein bisschen Schrott. Oh, das sieht aber gemütlich aus, oder? Da drin. Wartet mal, was ist hier? Ja, das brauchen wir. Das brauche ich, um diesen blöden Warcryer. Ja, der ist nämlich hier vorne. Kann ich den eigentlich von hier abschießen? Kann ich, oder? Nein, ich habe den nicht getroffen. Nein, das ist eine Schrottflinte. Guck mal, da oben. Das ist auch so ein blödes Teil. Das habe ich, ach, jetzt habe ich die Munition verballert. Ah, wie unnötig, ne? Benötige Explosion. Wo sind wir denn hier? Was ist denn hier los? Schon wieder, schon wieder drücke ich X. Ich bin immer so blöd, ne? So. Was haben wir hier? Nix. Feuer bitte ausgehen. Ich will nicht verbrennen. Dankeschön. So, da futtern wir nochmal was. Dinky Dog. Beziehungsweise Dinky Dee. Komm, hau rein. Hau rein, Max. So, ich brauche Munition, Leute. Ich brauche Munition. Äh. Ach so. Ach krass, hier ist so eine Tür. Kriegen wir da easy hin. Wow. Ich springe da einfach rein, ne? Wo ich gar nicht gesehen habe, wie man da rauskommt. Einfach reingejumpt. Auf gut Glück. Ich habe noch ein Licht. Guck mal hier. Hier ist schon mal so ein Zeichen. Nice. Gut, gut, gut. Warte, hier ist nix. Ich brauche Munition, Leute. Ich brauche Munition, um den abzuschießen. Und ich brauche Munition, um das eine Zeichen abzuschießen. Das habe ich ja auch leider nicht. Ah, so ein Mist. Sniper kann ich auch nicht mitnehmen. What? Wie kommen wir denn da runter? What the fuck? Kann man überhaupt hier hoch? Ich glaube ja, ne? Okay, nice. Da kann er wieder hochklettern. Ich dachte schon, wir kommen da nicht mehr raus. So, meine Lieben. Kann er das Rohr hochklettern? Nein, kann er nicht. Das war jetzt unnötig. Gut, hier ist nix. Da ist echt nix, ne? Einfach zum hochklettern. Habt ihr gut gemacht. Ach, das Ding ist voll. Feldflasche ist mal locker flockig voll. Oh mein Gott. Oha, was schmeißt ihr denn da? Euer dreckigen Unterhosen, oder was? Guck mal, die kommen gar nicht hier hoch. Das ist zu blöd. Wow, schmeißen alle nach mir, oder was? Was ist das denn? Da ist nochmal Explosion. Ey, was ist mit euch denn schiefgelaufen, Leute? Oh mein Gott. Das sind zu viele hier. Das sind eindeutig viel zu viele. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition, Leute. Guck mal hier. Die kommen gar nicht alle rein. Die kommen gar nicht alle rein. Das heißt, ich kann jeden einzelnen absiegen. Wir siegen. Ich kann hier jeden einzelnen platt machen. Oh, fuck you. Was soll das denn? Willst du mich verarschen? Was, was, Sack, ey. Komm, komm, komm. Boxi, Boxi kaputt, ey. Boah, die sind alle hier aggro, ne? Die sind alle aggro. Wir haben diesen blöden Schrei, Wichser. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, Leute. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss mal was trinken, ey. Ich muss erstmal was saufen. Was sieht so? Dann sieht es schlecht aus. Ich kann den auch nicht besiegen, den Wichser. Ich kann den Wichser nicht besiegen. Das ist bitter, ey. Ich habe nichts zum Schießen. Das fuckt mich ein bisschen ab. Böser Sack, ey. So, Wandtötung. Komm, trink, 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 Max. Oha, die schmeißen immer... Diese Scheiße schmeißen die nach mir. Was soll das denn? Was soll ich das machen? Die schmeißen überall die Kacke da nach mir. Was soll das sein? Sind das irgendwie so... Kackhaufen oder sowas? Ich weiß es nicht. Boah, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Scheiße. Besonders, weil es so viele sind. Und wir haben... Wir haben einen Schuss leider vergeudet. Wir brauchen aber noch ein paar Schüsse. Wir brauchen eigentlich noch ein paar Schüsse. Müssen die aber auch hier... ...jetzt eigentlich mal platt machen. So, können wir irgendwas noch verbessern? Gucken wir mal kurz... ...bei Max. Ja, hier können wir nichts machen. Kleidung brauchen wir nicht. Da, hier. Handgelenkbandagen. Besser als getroffen. Wenn man nichts auf den Arm hat. Fränken drin. Erlitten Schaden bei Fehlgeschnallparade um 10%. Okay, nice. Machen wir mal. Kostet nämlich nur 50 Schrott. Haben wir sogar noch ein bisschen. Was ist hier? Ja, das sind nur Haare. Aussehen. Und hier haben wir noch ein paar Fertigkeiten. 100. Ach, wir können die uns gar nicht leisten. Verdammt, wir müssen mehr Schrott sammeln, Leute. Wir müssen mehr Schrott sammeln. Viel mehr Schrott. Guck mal, wie viele das sind, Leute. Guckt euch das mal an, wie viele das sind hier. Geh erstmal hier hoch. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Guck mal, da unten sind auch... Da sind schon mal ein paar. Boah, die sind so böse, 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 Leute. So, die sind schon mal fertig. Hoch. Ich hoffe, da ist ein bisschen... Munition, ey. Ich brauche Munition, Leute. Wir brauchen Munition. Die Tür ist offen. Kommt da keiner mit? Na gut, dann nehmen wir jetzt den Kanister. Und dann zünden wir den an und schmeißen den da runter, oder? Komm, komm, komm. Wir leben alle mehr oder weniger noch. Schweine. Das gibt es noch nicht. Das hat irgendwie leider nichts gebracht. So, anzünden. Oh mein Gott. Nein, ich bin da runtergejumped. Das gibt es nicht. Wieso bin ich so blöd? Oh mein Gott. Wie konnte das passieren, ey? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, Leute. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Das war voll der Fail, ey. Wie konnte ich so blöd sein und die falsche Taste drücken? Nein. Oh, das war doch voll dumm von mir. Müssen wir irgendwie hier klarkommen, ey? Müssen wir irgendwie hier klarkommen? Guck mal, hier sind sogar noch ein paar Leute. Nicht mehr so viele sogar. Komm, 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 komm. Mach die so lange fertig, so lange die hier noch richtig chillig sind. Wichser, verpiss dich, ey. Komm, komm, komm. Boah, der blockt alles ab, der Wichser. Was soll das denn? Das ist eigentlich so Agro-Kollege. So, der ist auch platt. So, schnell mal einsammeln. Wie konnte das passieren, dass ich gestorben bin? Mist. Das fuckt mich richtig ab, ey. Das war ein bisschen blöd von mir. So, hier geht es noch hoch. Das habe ich auch irgendwie nicht gesehen, ne? Guck mal, hier könnten wir den genau gut abschießen. So richtig Peng-Peng. Aber wenn wir keinen Peng-Peng haben, können wir das natürlich nicht verwenden. Aber wir können Peng-Peng... Moment, wir haben hier doch keinen Kanister gehabt. Den benutzen wir direkt mal. Wo ist der Kanister? Hier vorne. So. Nice. Sehr schön. Aber wir haben noch nicht alles geschafft hier. Warte, 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 warte. Das lagen wir in Verwöhren und besetzt. Hä? Insignien, ja klar. Ich habe einen Schrott und einen Insignien. Die eine hängt ja noch. Ach, wir brauchen nur einmal hier. Och, wie chillig. Das hätte ich doch direkt machen können vorhin. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich, Leute. Mit einem Schrottteil hätte ich... Oh, das... Mann. Ich brauche Munition. Das ist das Problem. Ich habe nie Munition, ey. Und dass ich jetzt da runtergefallen bin, das ist natürlich... zehnfach ärgerlich. Ärgerlich. Ey, das wohnt mich ja so, ne? Dass ich da runtergefallen bin. Mann, wie konnte das passieren? Aber hier ist auch nichts an Munition, ne? Mann, Schrott ist hier auch nichts mehr. Ich habe irgendwo Schrott übersehen. Also, irgendwo muss hier noch Schrott geben. Da ist ein Kanister. Hier sind überall Kanister. Sehr viele Kanister. Ja, und hier ist... Der Charme mit der Karre. Komm, wir gucken nochmal. Ja, die... Die... Die Insignien... Die habe ich ja schon gefunden. Ich kann sie aber nicht abschießen. Das ist eher mein Problem, weil ich keine Munen habe. Ich habe keine Munition, um das Ding abzuschießen. Ja, so ein Mist. Hätten wir den nicht hier abgeschossen? Versucht? Dann hätte ich jetzt noch die Munition und dann könnte er das Ding da oben abschießen. Und so haben wir jetzt fucking dicke Probleme. Oder wir fahren gleich mit dem Sniper hier hin. Genau, können wir eigentlich auch machen, ne? Fahren mit dem Sniper da rum. Und dann schießen wir das Ding einfach von hinten ab. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber trotzdem fehlt hier noch irgendwo ein Schrotthaufen. Ich überlege gerade, wo der Schrotthaufen ist. Wo bist du, Schrotthaufen? Hier ist nix. Das muss doch irgendwo hier unten sein. Das muss doch irgendwo hier unten sein. Hier muss doch irgendwo sein. Wo ich es denn übersehen habe. Ne? Sieht schlecht aus. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Immer noch so geilen Sachen zu suchen. Die wir dann irgendwie leider nicht finden. Ach, so ein Mist. Wirklich ein Mist, Leute. Da oben war auch nix. Hier unten war ich. Muss irgendwo hier rumliegen, der Schrotthaufen. Eventuell. Das brennt hier alles nieder. Okay. Boah, der Max ist platt. Gibt es echt platt? Kann es nicht mehr laufen? Ich sehe keinen. Ich sehe keinen Blödsinn. Ich sage auch keinen Schrott, Leute. Das kann es nicht geben. Das kann es nicht sein. Das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. Hier spielen sich echt unglaubliche Szenen ab, ey. Allein schon, dass ich da runtergefallen bin vorhin. Nein, das wurmt mich ja immer noch, ne? Das wurmt mich noch bestimmt in zwei Wochen. Wirklich, das ist so ärgerlich. Echt, den Schrotthaufen muss ich mal nachher suchen. Beziehungsweise irgendwie in einer anderen Folge. Heute mache ich auf jeden Fall gar nix mehr. Wir fahren erstmal kurz. Gucken nach dem roten Insignien-Gedönsding. Das müssten wir ja irgendwie von hier sehen. So, das müsste ja irgendwo hier hängen. Hier außen. Da vorne hängt es doch. Seicht doch. So, guckt euch das mal an. So, einmal Sniper bitte. Oh, da haben wir da keine Munition für. Nice, seht ihr? Es fehlt trotzdem noch eins. What? What the fuck? Krass, Leute. Ja, heftig. Ja, ich fahre jetzt noch ein bisschen rum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mad Max. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Mad Max.